Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video, in dem wir einen Asthmaanfall erklären. Fakten Asthma haben mehr Kinder als Erwachsene. Es haben mehr Männer als Frauen Asthma und 30% der Bevölkerung haben Asthma. Viele Spitzensportler haben daher auch Asthma, was zu Schwierigkeiten in ihrem Beruf führen könnte. Weg des Sauerstoffs Der Sauerstoff geht in die Lunge rein und geht dann raus. Das ist ganz normal, wie wir es kennen. Normales Atmen Beim normalen Atmen gehen die Luftteilchen einfach durch die Luftbahnen, so wie beim ganz normalen Atmen rein und raus. Atmen mit Asthma Beim Einatmen der Luftteilchen zieht sich die Luftbahn zusammen. Das daher führt, dass die Luftteilchen kaum durchgehen können. Dafür wird der Asthma-Spray eingesetzt. Er führt mit großem Druck Gas ein, das die Luftbahn wieder öffnet. Gebraucht ist Asthma-Sprays. Erst schüttelt man den Spray. Dann atmet man lange tief aus. Und dann nimmt man den Spray in den Mund und inhaliert man das Gas, das dann die Luftbahn wieder öffnet. Und dann atmet man es aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.